Niemand hätte in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts geglaubt, dass unser menschliches Tun und Lassen beobachtet werden könnte. Aber jenseits des gähnenden Weltraums blickten Geister uns überlegen, wie wir den Tieren ungeheure, kalte und unheimliche Geister mit neidischen Augen auf unserer Erde. Bedächtig und sicher schmiedeten sie ihre Pläne gegen uns. Sind wir oder Sie die Herren des Heils? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir oder Sie Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018